hi uwe hier ja wie ihr seht ich bin wieder unterwegs heute mal wieder was mit lost place zu tun allerdings habe ich ja meine mini 2 dabei und schaue mir diese lost place also die gebäude was ich so sehe nur mit meiner mini an oder kurz mit meiner coupon die ich heute mit bei habe ja das sind mehrere locations unter anderem ein abbaugebiet von kalkstein da habe ich mal kurz die drohne steigen lassen dann so eine art kalkbrennerei oder ziegelbrennerei habe ich mir angeschaut die seht ihr auch ein kopf von oben und zum schluss bin ich hier in der ehemaligen zementfabrik das ist eine bekannte location aber ich wollte mir das auch mal anschauen und mein minima fliegen lassen obwohl es heute sehr windig ist ein paar mal gemeckert und ist aber trotzdem wieder heil zurückgekommen und ja schauen wir mal was die wie die videos geworden sind ich bedanke mich dass ihr wieder dabei gewesen seid bis zum nächsten mal dann wahrscheinlich auf einer normalen wanderung wieder aber mal schauen wie das wetter wird muss ich natürlich abwarten also dann bis dahin und tschüss euer uhr bis zum nächsten mal so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute mal ganz alter Film eigentlich wollte ich zur nächsten Location für meine Drohne, aber dann habe ich das hier gesehen Das ist natürlich zu Also was ähnliches habe ich schon mal gesehen auf einer anderen Wanderung Stopp dunkel Natürlich keine Lampe jetzt mit Geschütztes Fliedermausquartier Okay Okay Kann man da also gar nicht mehr rein Interessante Bauten Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und auf meinem Weg schon wieder ein leer stehendes Gehöft entdeckt hier Mal einen kleinen Blick drauf werfen Da sieht man viel da Provinen Die Dachbalken liegen hier unten Und da ist auch ein total zerfallendes Haus Oder mehrere sogar hier Mal schauen ob da noch was interessantes zu sehen ist hier Ja 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 Das sieht schon gefährlich aus hier Die Dachbalken Die Dachbalken Die Dachbalken Und da ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020